So, willkommen zu FIFA 19 The Journey mit Danny Williams, wo wir das letzte Mal so ein bisschen hängen geblieben sind. Mal gucken, wie weit wir hier heute durchkommen. Entweder schon zum Ende oder noch nicht. Mal gucken. Stream ist angesetzt bis 18 Uhr, sollte früher zu Ende sein, weil das Spiel früher zu Ende geht, dann ist es früher zu Ende. So, jetzt arbeiten wir an den Distanzschüssen. Kraft und Präzision außerhalb des 16ers. Los, lass das krachen. Hey, ne Ahnung, warum wir es jetzt nochmal machen müssen. Hä? Naja, der nimmt den Ball nicht. Nimm den Ball hin. Ich heiße, das Ding hier hat sich zum Beispiel. So ein bisschen. Oh mein ich bin. Okay, ein D. Naja, das war das Teil, mit dem Schräglaufen, warum man auch immer schräg läuft. Das war's. Guck, das geht gar nicht. D. Doppel D. Also gut, das reicht für heute. Das Rückspiel. Sollte ich es vergeigen, werde ich erstmal einen anderen nehmen. Ja. Das heißt, dann wird Danny Williams erstmal bis zum Ende geschont. So. Mein Ziel ist es, das Spiel noch umzudrehen. Was ja eigentlich auch möglich sein sollte. Wir haben ja schon viel Schlimmeres geschafft. Sollte. 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 noch zwei Tore schießen. Ist alles okay. Okay. na gut da könnte ich jetzt wenig machen 3-3 insgesamt würde übrigens nicht reichen wegen der Auswärtstorregel oder ne dürfte nicht reichen genau im moment in 2 0 reicht nicht wegen der Auswärtstorregel 3-0 reicht natürlich wegen der Auswärtstorregel also insgesamt ist 3-3 reicht nicht wegen der Auswärtstorregel weil bayern münchen in liverpool drei geschossen hat ja also war schon richtig naja tor das heißt wir müssen quasi jetzt noch ein tor schießen und am besten keins zulassen weil wenn 3 also insgesamt 4 4 steht das heißt wir haben drei tore geschossen und der gegner 1 noch sagen wir machen es mal mit dem spiel stand aus dem spiel also 3 1 aus diesem spiel dann behalte verlängerung mein gott manchmal kann man sich auch ein bisschen bei diesen regeln verhaspeln 2 0 weiter geht's alles noch gut haha 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 so 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 wie so w 33 so 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 wie schlecht hatte ich beim letzten mal irgendwas an der spielstärke geändert aus versehen das geht jetzt nicht hier währenddessen ja das ist natürlich schlecht bildungshilfe anzeige nee nein das geht hier nicht heißt wir müssen jetzt schaffen so spiel früher ab den ball erst bekommen hier hier Und... Und... Ein Tor! Mein Gott, kann das so schwer sein? Bitte! Nein! Ey, das gibt's nicht! Ja, FC Bayern gewinnt durch Auswärts-Tor-Regel. Normalerweise muss ich nicht bis ganz zurück. Dann würde ich rein faktisch auch nicht mehr machen. Ich will kurz erstmal die Einstellung ändern. Danke! Ich gehe mal kurz zurück auf Amateur. Einfach weil ich es kann. Ja. Ist ja schlimm gerade. Klar werde ich jetzt wahrscheinlich das hier ein bisschen abschießen, aber... Ich habe auch keine Lust, dass es für Ewigkeiten dauert. Ey, 1-0! Ja. 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 Ja... 20... Das hat doch nicht mal funktioniert. es war das für ein fehler profis für mich einfach ein bisschen zu stark halt noch wenn es darum geht ja Ja, gut. Dann halt nicht. Wir sind jetzt übrigens wieder genau auf den gleichen Punkt wie vorhin. Zwei Tore geschossen und jetzt fehlt das dritte. Zwei Tore. Gut abgespielt und dann ruht reingesemmelt. Zwei Tore. 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 nicht so ganz funktioniert nicht so Tor Ja 5-0 Ja 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 nach wieder aber bevor ich mich hier fest bei so gar nicht weiterkomme die zeit noch mal nicht anders ja tour ja Amen. Ich glaube, jetzt muss ich mir auch keine Gedanken mehr über irgendwas hier machen. Da kommt noch ein Tor. Da kommt noch ein Tor. Und das war's. 8-0. Ja, gut. Tabu-Rufe kommt mal vor. Soll passieren. Ja, ich habe nicht das Führungstor geschossen, aber gut. Ey, es gibt Schlimmes. Ja, du kannst es jetzt auf Halbprofi stellen. Danke. Weiter. Gut, dass es mir gleich selbst anbietet. Muss ich da nicht nochmal in Einstellungen vorwerken. Und Attribute könnten wir mal wieder vergeben. Ja. Ja.